Doch, jetzt klaffts. Ja. Das Muppet fährt immer noch. Ich hatte ne Laterne im Motor. Warte mal, ich will das mal kurz probieren, ob das funktioniert. Wenn das echt wahr ist, dann ist es herbe cool. Warte mal. Guck, es fährt einfach weiter ohne mich. Tschüssi. Natürlich fährt es weiter ohne dich. Guck mal. Egal. Das ist geil, das habe ich gerade auch rausgefunden. Vielleicht hast du es schon rausgefunden, ich weiß nicht. Ähm, das ist doch normal. Bist du noch nie in einem fahrenden Auto rausgesprungen? Ja, aber guck doch mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Du musst genau hingucken, achte mal. Ich weiß das doch. Guck, es fährt einfach ganz normal weiter mit dem Motor. Als wäre das Gaspedal noch drin. Nein, du es nicht, das wird da gleich. Nein, eben nicht, es wird irgendwo gegen eine Wand knallen, aber es wird nicht stoppen von der Geschwindigkeit her. Es wird einfach weiter. Nein, es wird langsamer. Es wird nicht langsamer. Ich verfolgs doch. Aber guck mal, welche Geschwindigkeit ich drauf hatte, soweit fährt ein Auto nicht. Ne? Das ist wohl wahr. Das Auto fährt tatsächlich weiter. Richtig, hör mir doch das Motor. Guck dir mal, was ich jetzt mache. Wenn ich jetzt einen Wagen nehme und jetzt springe ich raus. Guck mal, es fährt mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Man hört immer noch den Motor. Guck, es fährt einfach weiter. Oh oh. Du siehst gar nicht, wo ich... Aber hörst du das, wenn du da hingehst? Du hörst den Motor noch laufen. Ja. Ich fahre nämlich noch geradeaus. Na gut, ja, es ist nicht mehr, aber du siehst die Reifen drehen, weißt du? Ja. Hab ich ja auch rausgefunden, wie das geht. Wenn du ein... Sagen wir mal, du willst ein kleines, kurzes Tempo haben. Dann machst du einfach, äh, Strick. Das ist Tempomat und dann schweigst du aus. Der fährt einfach mit dem Tempo weiter. Kannst du natürlich auch drin bleiben, wie auch immer. Ne, das lag von dir da. Ähm. Erst der G mit Tempomat. Das bleibt das Tempo aber gleich, egal ob du drin sitzt oder nicht. Das ist, als würdest du irgendwie so ein Teil auf dein Ding legen oder so. Warte mal, warum geh ich jetzt eigentlich in Lack und Leder? Tatsache. Cool. Ich hab mich schon gefragt, wofür ist denn das Tempomat? Naja. Das hab ich auch gerade herausgefunden, als ich das Ausfall gedrückt habe und gesehen habe, dass mein Moped, was da gerade lag, immer noch weitergefahren ist. Also die Reifen halt. Na, gibt's hier was Feines für uns zu kaufen? Vielleicht hast du noch lange lieber hier. Na gut, ich lass lieber hier im Lack und Leder was zu kaufen. Ich glaub, das ist wirklich eher eine Frauenabteilung. Nicht mehr auf jeden Fall sich jetzt, dass es da wirklich sehr wenig Männerauswahl gibt. Wenn ich das hier dann auch in schwarz mache. Ich habe die höchste Geschwindigkeit der Welt Fett! Guck mal, wie ich jetzt aussehe Kennt ihr das von Mr. Bean, wo dieser kleine Roller da hergetuckert kommt? Guck mal Ich komme! Ja Ich komme Oh nein, leider kann ich zwei sitzen Mann Wie bei In die Hand Boah, Vorsicht, Vorsicht Das ist Hügel, Hügel Oh, jetzt geht es nach unten, Achtung, jetzt wird es schneller, oder auch nicht? Wie das er mit dem fetten Typen aussieht Ja Ja Die schlopft nicht runter Ich komme für einen anderen Ball Ich komme Ich komme Wir sind die ultimative Rocker Gang Ich hole nicht Ich komme Ja Fahr mal genau neben mir, mit dem Roller Warte Ja Ja Ich bin in Führung Ja Nix da Auf Das ist meine Knarre Was für Knarre Ich werde dich überholen Bleib stehen Ich bin irgendwie schneller, warum auch immer Stirb du da hinten, du Schnöpfe Kräftig nicht Doch jetzt Das ist Fun Ja Verfolgungsjagd auf Hochtouren Aaaaaaah Neee Oh, Vorsicht, da kommt die Gegner Ja, ich schieße ja auch die ganze Zeit Gegner ab, nicht dich Ne? Du musst ja aber aufpassen, sie treffen da aber gut irgendwie Wir fahren ja auch Aaaaaah, ich wurde aufgehalten, oh mein Gott Aaaaaah, ich schieb den Wagen weg Aaaaaah Oh nein, jetzt greifen uns auch noch Stacks Soldaten an Wir müssen helfen Geh aus dem Weg Geh aus dem Weg Aaaaaah 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 Was war das? Jetzt, wenn er da gebrannt hat Aaaaaah 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 40.000 auf dem Konto Juhu Aaaaaah hier ist gut ja mann die Treffer sind zu schwer so ich hab mir jetzt zweiten Begleiter geholt okay jetzt könnten wir nicht sogar drei Sains holen ach Gott oh Gott ahaha okay Leute das war lustig oh mann du das war das mal ne Kacke okay da war mal ne neue Mission okay sonst kommen wir gar nicht voran ja also Convoi-Köder oder Lerncomputer ich gewinne meine Fights nach ran Convoi-Köder oder Lerncomputer das erste einfach so Convoi-Köder okay guck dir mal meinen Ausrüstung an Junge guck dir's mal an wie geil das aussieht mit Staggintown wir müssen vorsichtig sein Piers bisschen viel Schmink würde ich sagen nix das ist gut so Prozent Prozent und wie sie jetzt im Haus sind in der Zeit du machst also unnatürliche Frauen geht immer gar nicht geht immer gar nicht komm rein noch ich komm her schon Achtung ihr kriegt mich niemals lebend gibend 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 oh mann irgendwie hat dieser Polizeiwagen ziemlich hohen Sound das ist so geil dieses Schild Kitty Style Exotic Dancers das Exotic Pussy das ist so geil ich schieße in ihre in ihr Gesicht oh ich glaube das ist eine Baustelle warum ist eigentlich auf der Straße ein Baustelle aber keine Umleitungsschilder Schlecht gemacht Amerika da gab's was zum Kaufen ja fahren sie runter mein Freund fahren sie runter ja bin auf dem Weg ein Tattoo Laden was die lief ist hm das war doof obwohl vielleicht klappt es sogar noch nö weißt was ich dazu sage einmal aus dem Weg damit oh ich hab mir glaube ich das Genick gebrochen als ich runtergefallen bin sag ich doch nein nein ah nein ich will doch nicht in den Wagen steigen ich will doch oh ich kann nicht ah boah steh einfach ich hab einen gefangenen Leute ich wage äh ich werde nicht daran zögern ihn umzubringen ich auch nicht spring rein stirb spring rein ihr kriegt mich niemals oh Gott ab ich gebe mich zum Hauptquartier der Saints auf dem Weg auf dem Weg das ist doch das Penthouse ja yeah das Penthouse und äh wir werden verfolgt verfolgt ja ein ein Alter Vorsicht da ist eine Wand ach da ist ein äh Dingens nicht mehr lange ich werde euch alles mit mit einer super modernen Waffe 3 2 2 1 ja das ist das mit deiner Renate wuuuuuuu huuuu au au schmerz wieder mal ein bisschen wark rum ne nix dagegen hast aah hohoho bist du da sofort drin eingestiegen oder wie ähm hm was war das denn jetzt ja fahr 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 das sind aber ganz schön viele Rundpunkte dort hm ja ja ich glaube einer davon schießt die Reifen weg och ich ist nur das vordere rechte Rad das ist nicht so schlimm und das vordere linke Rad nö das ist nicht betroffen ja bei mir schon das ist nur am wackeln was tust du da achso ja ich äh geh in den Aachen aah NEEIN wie weit du geflogen bist also also ich bin nicht weit geflogen aber ich aber du ja warum bin ich jetzt hier bei diesen komischen Pennern hier was ist das für ein Pennertreff mal so einer genau da muss ich immer musste sie doch erstmal in die Kamerangrinser was macht eigentlich die Angriffen absurden Hodenangriff wofür weil sich können ist ein islamischer ja was ist damit die Kampfkunst ja oder jüdische oder so keine Ahnung